Ich habe nicht drauf geachtet. Ich kann kotzen. Jo Leute, willkommen zurück zu Stexel. Diesmal wieder hier auf dem Großen. Wir hatten ja einiges vor. Ich habe jetzt schon mal hier so meine täglichen Arbeiten erledigt. Es regnet nur zum Glück, dass das Gießen fällt flach. Futter habe ich kontrolliert, ist noch genug da. Hier haben wir auch mehr als genug. Die Bienen mache ich dann an einem anderen Tag. Und ja, schauen wir mal. Ich hatte ja vor, ich hatte ja vor, oh die muss ich an, hinten das Häuschen zu basteln. Und mal gucken, ob wir das diesmal hinkriegen. So, hier war ja noch nicht, was diesesmal anliegen wird. Mal gucken. Kaffee, 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 Kaffee. So, ähm, ah, ich hätte die Sachen wegpacken sollen. Naja, wurscht. Ne, nicht wurscht. Packen wir die Sachen erst nochmal weg. So, ähm, ich kann dann aber schon mal erzählen, was ich als nächstes vorhabe. Nämlich, ich werde einmal so nebenher, wenn Zeit ist, werde ich da unten weitergucken. Stimmt, das soll ich ja mal zeigen. Es sieht ungefähr so aus. Und hier kann man rein. Den Gang habe ich aber irgendwie vergessen auszuleichten. Jetzt backe ich mich da auch noch in der Fackel fest. Dann kann man hier runter. Dann geht's hier einen Gang irgendwann mal entlang. Meine Frist ist sehr tief. So, dann geht's hier einen Gang entlang. Und, äh, da sieht man dann immer wieder so Fehler drin, die ich mal gemacht habe. Und dann geht's da noch einen Gang entlang. Und das zieht sich halt so durch. Und, äh, ja, das sind hier so alles Schönheitsfehler. Die eigentlich nicht geplant gewesen sind, aber halt passiert sind. Ähm. Und ich zu faul bin eigentlich auszumögeln. Aber, pff, funktioniert. Ich bin gespannt, ob ich das, ob ich jemals das Verlies finden werde. Das war knapp. So, Speck. Speck müsste ich genug haben. Hab ich genug Speck? Be, 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 be. Da oben. 300. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ähm. Ja. Wurscht. So. Zack. 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 Man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man, ähm, mal das 3- bis 4-fache von den, äh, von den Viechern hat, ist, 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 ist auf jeden Fall mehr als genug da. Um. Achso, stimmt. Äh. Naja, egal. Lass mal. So. Ich mach sowieso nur oben die Leiste. Äh, auf jeden Fall genug Geld da, um sich allen möglichen Schwachsinn zu kaufen. Hier die Bäume sind relativ lukrativ. Aber halt erst im zweiten Jahr. Im ersten Jahr bringen sie halt einem nix. Höchstens die Herbstbäume. So. Das erste, was wir brauchen, ist Fungis Briefkasten. Ich glaube, so rum, ne? Äh. Ist die jetzt an? Ist die jetzt an? Warum ist die nicht an? Okay. Fungi? Dein Briefkasten ist scheiße. Aber ich glaube, der war sowieso falsch rum. So, muss der, glaube ich. Dach, beliebige Blöcke. Fertig. What? Moment. Ist das nach unten hin? Also, ich hab mich vorher nicht mit, äh, dem, dem, dem Typen beschäftigt. Äh, das müsste Erde sein. Okay. Einmal so. Weg. Ich bin jetzt mal gespannt. Wo ist denn hier mit Dach fertig? Weg damit. Weg damit. Die kommen natürlich alle nachher in den Keller bei mir. Wobei, ja, da hab ich da gar nicht mehr drin. Also, Dreckblöcke sammle ich schon lange nicht mehr. Die werden halt einfach entsorgt. Weil's nichts mehr bringt. So. Okay. Wir schauen mal. Ähm, der Baum ist mir im Weg. Der muss, der muss jetzt leider Gottes noch dran glauben. Zack. Erledigt. So. Jetzt immer noch. Ha. War klar. Der Baum galt nämlich als, als Dach in dem Augenblick. So. Weg mit euch. Verdammte Blumen. So. Nee. Dafür hätte ich die Sanse gebraucht, ne? Ja. Okay. Was mir mal aufgefallen ist jetzt gerade. Ich habe einen ganz kleinen Fehler gemacht. Ich habe eventuell vergessen, die Zeit für mein Intro zu lassen. Das heißt, ihr habt das Intro direkt am Anfang gesehen. Also, ich setze einen Highlighter davor. Ich werde, ich habe jedes Mal vor, hatte ich auch beim Ragequid, hatte ich auch vor, einen Highlighter zu setzen. Also, wirklich so, so das, keine Ahnung, wo man noch richtig ragt. Beim Ragequid halt, ähm, reinzuschneiden. Ja, direkt an den Anfang. War aber ja da nicht. Deswegen ging das schwer. So. Okay. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Haben wir. Also, Ruhesteine sind inzwischen leider vollkommen in use, das ist für mich. Aber die meisten Sachen kaufe ich heute, äh, inzwischen direkt. Um halt keinen Stress zu haben. Also, man kann auch wirklich sich fast alles kaufen. Das könnte sogar hinhauen. Das haut sogar hin. Also, ich glaube, das dürfte eine gute Fläche sein, um so ein Haus zu bauen. Bump. Okay. Ab jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit... Ich wollte gerade sagen, ich habe da nicht nur einen roten Ziegel hier hängen gesetzt. Hmm. Fangen wir an damit. Hmm. Ärgerlich. Kann man nicht drehen. Hätte ich Querbanken für gebraucht. Jetzt wird's wohl der hier werden. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Ich will das Ganze aufbauen wie so ein Pilz halt. Von unten nach oben. Also unten so eher beige. So das hier halt. Wobei ist das? Das ist Cremefarben, ne? Ja, Cremefarben. Dann, ähm... Ich habe viel zu wenig genommen. Fört mir jetzt gerade mal auf. Okay. Kann sein, dass ich nochmal alles abernten muss und komplett in... ...in Cremefarben, ne? ...siegel stecken muss. Das kann passieren. Ist mir schon öfter passiert, dass ich Bauarten komplett unterstützt habe. Das Museum habe ich komplett unterstützt. Habe ich, glaube ich, damals gesagt, ach, 5000 Steine werden bestimmt ausreichen. Ich vergesse das. Das sind irgendwie nachher, glaube ich, so 20.000, 30.000... Irgendwie so um den Dreh sind da reingeflossen. Allein an den Orangen anziegeln. Also das war absolut verschätzt. Und ja, ich habe mich auch hier verschätzt. Definitiv. Die sind zum Glück nicht allzu teuer, die Ziegel. So. Vor allem, wenn man dann halt hingeht und sagt, ich ernte vorher nochmal alles ab. Am besten koche ich dann daraus Marmelade. Und normalerweise koche ich aus den Früchten Marmelade. Aber irgendeiner habe ich bis jetzt noch nicht gekocht. Ich weiß noch nicht, welcher es ist. So. Ja, verschätzt. Definitiv habe ich mich da verschätzt. Verdammt. Okay. So. Aber, ich habe ja hier gesagt, auf dem großen Account wird alles schön gebaut. Und ich möchte hier wirklich einen Einstöcker bauen. Und dann einfach mehrere Pilze, so Pilztürmchen, möchte ich dann oben drauf setzen. Ich möchte gucken, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ich kann hier die Beeren abernten. Und ich weiß auch nicht irgendwie, ob das backt ist. Weil irgendwie die verdornen nicht nach der Saison. Keine Ahnung. Also die Büsche ja eh nicht. Aber normalerweise müssten, glaube ich, die Früchte einfach alle schlecht werden. So. Zack. So. Bescheid. Absolut Bescheid. Naja, gewascht. Einmal dicht da wieder hin. Dicht da wieder hin. Und... hier die Ummauerung auf jeden Fall erstmal ein Block. Selbst wenn ich da Fenster nachher hinsetze. Ein Block hoch. Das einzige, was nicht ein Block hoch gemacht wird, ist später der... Zack. Ist später der... Die Tür. So. Ich muss jetzt aber leider Gottes erst einmal das... Das hier nehmen. Zack. Ah. Okay. Passt sogar mal. Zack. 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 So. Weil ich muss ja wissen, wo ich die Tür setze. Soll halt direkt hier hinkommen. Also eine Verlängerung des Wegs einfach sein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich... da auch weiße Ziegel hinsetzen möchte. Ich finde, die passen da irgendwie nicht hin. Das passt jetzt nämlich relativ gut. Ja, definitiv brauche ich nochmal eine ganze Menge an cremefarbenen Ziegel. Wo habe ich da eigentlich groß in der Ziegel hingesetzt? Also, klar. Hier nachher werden die wieder weggenommen und werden dann hochgezogen. Aber... Erst einmal möchte ich das Grundkonstrukt haben. Okay. Ernten wir Kokosnusser. Voll die richtige Saison dafür. Ja, im Moment ist es Kakao. So ist das Kakao. Warum habe ich da die ganze Zeit Kokosnuss dazu gesagt? Hm. Äh. Da ist kein Kakao mehr drin. So. Ja, ja. Dass die prächtig wachsen, das weiß ich selber. Bananen. Aber wie gesagt, irgendwie, äh... Wenn ich die nicht abernte... Wenn ich die nicht abernte... ...verdorren die aber auch nicht. Fossilien sind im Übrigen nicht so viel wert. Also nicht wie in Animal Crossing, dass man da sagen kann, okay, ich lebe nur davon, was mir... Äh... Kiwis. Oh. Äh... Was mir die... Die Fossilien bringen. Leider Gottes nicht. Das sind 200... Äh... Äh... Blütenblätter. Die man bekommt. Und... Äh... Das ist... Nix. Gar nichts. Aber pro Fossilien 200... Ist. Also im Übrigen 53. Kriege ich. Wie immer. Ich weiß nicht wieso, aber ich kriege immer 53. So. Da waren gerade die 4. Und immer, wenn ich hier diese Baumreihen abgehe, kriege ich 53. Immer. Ich weiß auch nicht wieso. Also... Also die bringen auch nicht so viel, ähm... Mache ich euch nichts vor. Also das ist jetzt nicht so, dass das... Oh mein Gott, da ist Gewinn ohne Ende drin. Mit den Bäumen. Aber es ist halt ein konstanter Gewinn. Und ich muss mich halt um nix kümmern bei den Scheißbäumen. Ich muss sie halt nur ernten. So ein automatischer Ernter wäre noch praktisch. Blüter. Immer 53. Moment. Habe ich die Saitenfrühling nicht geerntet? Es ist doch ein Frühlingsobst, oder nicht? Ist Kirsche nicht Frühling? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist doch egal. Da waren wieder 4. Immer. 53. Ich weiß auch nicht, sie verhext. Eigentlich müsste ich die jetzt direkt wieder nachsetzen, ne? Eigentlich ja. Das Einzige, was ich... Ähm... Was ich auf jeden Fall Immer wieder Direkt abernte, Sind so... Sowas hier. Kürbisse. Zum Beispiel. Ähm... Die ernte ich immer direkt ab. So den anderen Mist. Meistens, dass ich den inzwischen stehen. Sieht besser aus. Und ja, inzwischen ist für mich So, äh... Landwirtschaft ist im Moment Reiner Luxus. Ne, die waren noch nicht fertig. Die sind aber fertig. So. Also so meine Bauprojekte, die dauern teilweise Gut und gerne mal 2-3 Stündchen. Mal gucken, wie lang die Folge wird. Also plan ist halt wirklich Unten wirklich ein Haus bauen Und oben drüber dann irgendwie gucken, Dass ich da Türme drauf kriege, Die dann aussehen wie Pilze. Das ist so mindestens der Plan. Mal gucken, ob ich den umgesetzt bekomme. Okay. Honig könnte wir auch mitnehmen. Der ist schon seit bestimmt ein, zwei Saisons ist der schon fertig. Das ist ganz besonderer Honig. Ne. Hat er keinen Platz mehr. Schade. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Moment. Wow, 352 Blütenblätter. Speck, dankeschön. Äh, Moment. Dicht dahin, dicht dahin. Komm her. Mich. So, theoretisch könnte ich jetzt was daraus herstellen. Äh, ne, aus der Wolle nicht. Wovor habe ich denn Zucker? Ne, da habe ich ihn. Okay, aus Kakao kannst du das nicht machen. Ja, Sirup. Sehr schön. Moment, habe ich was vergessen? Ich habe es ewig nicht gespielt. Tut mir leid. Ich muss jetzt selber einmal kurz gucken. Ne, müsste bei dem sein. Ach, ich muss es erst schneiden. Da war was. Okay. Geht, geht das mit Kiwis echt nicht? Okay. Gut. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Das geht mit Kiwis echt nicht. Hm. Warum geht das nicht? Ich dachte immer, es geht mit allem. Banane, geht auch nicht. Drachenfrucht. Drachenfrucht geht. So. Dann nehmen wir mal die gehackte Daffeln. Dann machen wir das so. Schneiden. Im Mixer. Natürlich. Interagieren. Jetzt muss ich neuen Zucker kaufen. Verdammt. So. Das Problem ist halt wirklich, es lohnt sich. Also es lohnt sich halt wirklich. die ganze Show so zu machen. Also ich kriege den Zucker dicke wieder raus. So. Nochmal kochen. Okay. Ich habe vergessen, auf Schneiden zu drücken. Ich kann jetzt einmal hingehen. Und mal vergleichen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie geschnittene verkauft. Gucken wir mal. So. So. Zack, 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 zack. Sehr hübsch, wie alles depuriert ist. Also geschnittene gibt 79. Schon einmal nicht schlecht. Die Konfitüre gibt 770. Ihr seht, warum. Ähm. Ähm. Ich wollte gerade sagen, dann, da stimmt was nicht. Aber. Wow. Das Schneiden macht sogar schlechter. Okay. So. Jetzt muss man aber halt auch sagen, von den... Moment. Wie viel war es? Von den 96. Also 96 hier von abziehen. Wir rechnen jetzt mal aus, was für ein Gewinn wir machen. Ups. So. Video wird eh überlang. Also von daher kann ich da auch eben so. Von 770 ziehen wir einmal. 97 waren es genau nicht. Ziehen wir die ab. 97. 96. Entschuldigung. Natürlich. 96 ziehen wir da ab. Aufheben. So. Jetzt können wir die schon mal verkaufen. Ich weiß nicht, was der Zucker kostet. Ich glaube, der ist nicht ganz günstig, aber der ist auch nicht so arschteuer. Gab es den nicht sogar im 5er Pack? Aber ich weiß es nicht. Ich habe schon ewig keinen Zucker mehr gekauft. Fert immer so oft. Wo haben wir denn? Bin ich gerade blind? Ne. Bin ich nicht. So. Hat er keinen Zucker da? Das war doch nicht. War das eine Mod? Also wie gesagt, ich habe einiges an Mods jetzt da mit rum da dran rumgespielt. Ich weiß, man kann Zucker glaube ich auch herstellen. Aber ich habe nie Zucker hergestellt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich glaube, mit Zucker... Oh, einfach, ne? Hm. Okay. Ich meine, der kostete irgendwie so 25 oder so. Also nicht viel, nicht die Welt. Es gibt halt eine Mod, da kannst du bei ihm alles kaufen. Kannst du ihm Regale einfach drum herum stellen in seinen Bereich. Also dann standen hier überall Regale und dann füllt er die mit allem Scheiß. Und dann kann man wirklich wirklich alles kaufen und das zu jeder Zeit. So. Weg damit. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie so eine Liste mal zusammenstelle von allen Mods, die ich mal benutzt habe. Aber das sind wirklich Arschviele. So. Und davon sind halt ein paar extrem langweilig, weil sie einfach mal sagen, okay, deine Farm ist jetzt einfach mal überproduktiv und es gibt eine Mods, da wächst jederzeit egal wann, egal was, wächst immer, sofort. Nach einem Tag, man geht pennen, ist gewachsen. Habe ich auch genutzt. Ja, gebe ich zu. Einfach, weil ich es ausprobieren wollte, wie OP das ist. Das habe ich, glaube ich, nicht mal eine Saison gemacht. Das war stinkend langweilig. So. Was machst du da eigentlich? Weg damit. Weg damit. Weg damit. Okay. Haben wir. Hui. Da. Ach, Moment. Ich brauchte Ziegel. Hi, Jamie. So. Das sind die, ne? Ja. Moment. So, jetzt aber. Weil, wenn man Shift gedrückt hält, kann man, äh, die so kaufen. Meistens habe ich es so gemacht, dass ich einen weggeschmissen habe und dann, ähm, und dann, äh, hingegangen bin und, ähm, auf 99 hochgesetzt habe. Deswegen findet man bei mir in den Regalen auch fast überall 999. So. Erstmal kurz pennen gehen. Wie gesagt, ich mache das auf jeden Fall jetzt fertig. oder zumindestens, ähm, wenn es über eine Stunde geht, dann wird es in mehreren Teilen kommen. Aber, bevor er ist, zack, gehen wir mal so drüber. Und ja, ich brauche hier nicht springen. Das ist genau so gesetzt, dass ich da drüber laufen kann. Stimmt, hier wollte ich auch noch gucken, was ich da drauf setze. Aber das mache ich dann später. Stimmt. Dich. 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 Weg damit. Und, ich kann schon mal dich mitnehmen, weil so. zack, zack. Ich weiß noch nicht, welche Tür ich da noch einsetze. Ich glaube, das müsste die passende höher sein. Ja, ich glaube, das ist die passende. Habe ich da, habe ich schon eine Tür ausgesucht? Hm, ich glaube nicht. zack, zack, zack. So. Okay. Der Baum stört mich. Der wird nachher zu einem Problem werden. Deswegen hier wir das mal so hier bitte schön, langes Waldgras. weg. Wurz. Ähm. Ich würde sagen, hier setzen wir einfach hoch. Und ja, ich mache das immer so, dass ich erst einmal komplett setze. also einen Klotz hinsetze und dann Veränderungen vornehme. Ups, der ist einer zu viel. Das Feintuning kommt dann im Nachhinein. Sowas wie Fenster oder sowas, das kommt halt später. Okay. Okay. vor allem, was heißt eigentlich, das Feintuning kommt immer. Also, das ist das erste Haus von einem Bewohner, den ich einziehen lassen möchte. Zack, 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 zack. Ich glaube aber, dass noch eine Ebene ganz, ganz gut wäre. Also, noch eine Ebene hier drüber. und dann hier eine Zwischenebene aus Holz. So, ich glaube, das passt mir besser. Okay. Leider gibt's sowas nicht wie Leitern. Ich hab auch noch keine vernünftige Mod dazu gefunden zu Leitern. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt sogar eine. Die hat mir aber Probleme gemacht. Ich weiß noch nicht, welche andere Mod damit Probleme macht. Weiß ich leider nicht. Aber das Spiel crasht dann halt. Und das bringt halt nichts, die halt so zeitweise nur zu installieren. Es gibt halt welche, der macht das Sünden einfach mal so zeitweise. also, ja, okay. Gibt's so Mods, die halt praktisch sind hier für die komischen Lampen, die existieren im Spiel, aber ich wüsste nicht, wie man sie bekommt. Da hab ich gedacht, okay, da gibt's eine Mod dazu, dass du die einfach kaufen kannst. Dann nimmst du doch einfach die. und dann gibt's halt wieder Mods, da macht es keinen Sinn zu sagen, okay, ich möchte die für kurze Zeit installiert haben und danach nicht mehr. Das geht halt einfach nicht. Und ja, das ist immer so ein Problem, dass ich nach unten hin die Ziegel setze. hier wäre sowas wie Fliegen ganz gut. Zack. Ich kann das aber, glaube ich, besser von oben machen. Ich muss sowieso nach oben. verdammt. Ja, wieder klar. Irgendwo da komme ich raus. Also, setze ich mal hier in eine Landezone für mich hin. Ha. Spiel denkt, es verarscht mich. Ich verarsche das Spiel. So. Okay. Ja, das geht einfacher, finde ich. So. Mhm. Und haben wir auch fertig. Haben wir auch fertig. So. Also, wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich einmal drauf, dass es von außen schon mal gut aussieht. werde ich Pilze setzen. Das ist auch die Frage, wie mache ich das am sinnvollsten? Ich würde sagen, einfach mal drauf losbauen. verdammt. Verdammt. War ja klar. Schon beim ersten Mal wieder versagt. hier oben drauf. Diese Halloween-Mucke ist schrecklich. Jetzt setzen wir noch einen weiter hoch. zack, 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 zack. Das finde ich halt in Spielen relativ schwierig, die halt nur Blöcke haben. Dann irgendwie eine Rundung anzudeuten. Achso, ich stehe auf dem Schrank drauf. So. Äh. zack. Ja, ist klar. Fall einfach nach ganz unten. Warum auch nicht? Warum oben liegen bleiben? Jetzt darfst jetzt? Ach, klar. Ah. Ups. So. Okay. Aber wenn ich den noch jetzt hier abbaue, dann sollte eigentlich nichts passieren. Nein! So. Ich weiß, ich bin nicht künstlerisch begabt. Es tut mir wirklich leid. Ich finde, meine Idee war gut. Irgendwie muss ich die jetzt umsetzen. So. Es sieht total Bescheid aus von Horstens. Ich mach das trotzdem jetzt weiter. Ist mir egal. Hoch hier. Vor allem möchte ich das auch nicht regelmäßig haben. Ach. Schon wieder verkackt. Und... Okay. Zack. 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 Das sieht doch pilzig aus, oder? Ja, das sieht typisch nach einem Super Mario-Pilz aus, finde ich. Nein. Nein. Vor allem bleibst du auch hier, bitte. So. Ja. Und jetzt möchte ich noch... Okay. Einen... großen Pilz haben. Einen wirklich großen Pilz. Okay, da müsste ich aber trotzdem von unten dran kommen. Und zack, zack. Äh, ne. Um die Ecken drum herum. Habe ich's... Das hier. Dann kommt... Der hier hin. Der hier hin. Das ist gar nicht so hoch. Ich hätte jetzt erwartet, boah, der ist riesig. Ganz ehrlich, der ist witzig. Nee. Ich möchte wirklich groß haben, also so wirklich, dass man denkt, meine Fresse, das ist ein Pilzhaus. Das erinnert mich schon wieder an Super Mario Run. Das ist morgen eine Aktion. Möchte ich mal mit angemerkt haben. Also wer Super Mario Run auf dem IOS spielt. Oder Android. Das ist morgen wieder Aktion. Mal gucken, ob das wieder eine brauchbare Aktion ist. Weil letztes Mal war es keine brauchbare Aktion. Da war wieder nur irgendein Scheiß in der Rotation drin. Nee, da war gar keine Rotation drin. Da war ähm... Da war einfach nur ähm... Race with your friends. Verletzend. Ist wirklich verletzend. So. Komm ich da jetzt überhaupt noch dran, da oben? So, gerade eben komm ich da dran. Vor allem aber auch nur, wenn ich irgendwo draufstehe. Kommst du hier hin? Komm ich von hier oben? Hier ist doch auch irgendwo einer hingeflogen, oder? Oder hab ich den schon eingesammelt? Keine Ahnung. Schauen wir, ob ich den eingesammelt bin. Okay. Zack. 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 Hä? Achso. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Kann ich grad sagen, hä? Was willst du jetzt damit? Du sollst da nur den Block setzen. So. So. Da müsste ich jetzt aber von überall dran kommen. Okay. So. So. Boah! Der kam angeflogen. So. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das nachher so pilzig aussieht. Aber ich gebe einfach mal mein Bestes. So. So. Ich bin voll dazu versicht, dass das pilzig aussieht. Vor allem ich find's schön, dass die äh schon so leichtes beige mitbringen. Von sich aus die Steine. Im Himmel ist das nervig Ja, ich werde langsam müde Ich finde, alles weitere wird es halt nur schlechter machen Ja, finde ich gut so Okay, aus der Hülle steht Ich glaube, das kriege ich noch fertig in dieser Folge Okay Hol den Ball mit deinen Haustieren Indem du einen Ball hältst Mit deinen Haustieren interagierst Und dann den Ball wirfst Juhu Stimmt, habe ich eigentlich gezeigt, dass ich der Nikolaus bin? Ja, ich bin der Nikolaus Habt Angst vor mir So Jetzt haben wir Was ich vergessen habe Komplett Fenster zu besauen Aber komplett habe ich das vergessen Hier ist alles drin, was ich brauche Nur keine Fenster Braucht der Fenster unbedingt Pilztisch, Pilz Pilzdoppelbett Habe ich ein Doppelbett? Ich hoffe, ich habe ein Doppelbett Ja Weil ich meine, ich habe auch irgendwo ein normales Pilzbett Das wäre halt kacke Glänzender Pilz Äh, komm Sind das keine Leuchtepilze? Ich dachte, ich hätte nur leuchtende Pilze Hier drin So Dann gucken wir doch mal Ist dann halt leider so Ich habe doch nur leuchtende Pilze dahin Dahin gepackt Sind die bugged? Ne, sind sie nicht Wollte gerade sagen Okay Ich bräuchte hier hinten auch noch Licht Äh, ich werde glaube ich nur zweimal zwei Fenster nehmen Moment Mit einer Wand weg So Habe ich dich? Habe ich dich? Habe ich dich Okay So Ein Pilztisch Der kommt hier hinten in die Ecke Einfach weil ich ihn da schön finde So Und hier Auf die Seite Kommt noch Hier so hin Ne grüne Lampe Machen wir es so Dann blaue Pilze Weil Dann kann ich Hier und hier Und hier Und hier Überall noch Die hinsetzen Jetzt ist nur die Frage Moment Ich habe noch Pilzlampen Kann man die an die Wand setzen? Natürlich nicht Springt das Licht gleich an Von der Ich hatte es befürchtet Ganz im Himmel Oh Moment Das war nicht so geplant Wow sind die hell Ich habe die bis jetzt noch nicht benutzt Aber wow sind die hell Okay das reicht aus Wenn ich die da überall hinstelle Das reicht dicker aus Wow das hätte ich nicht erwartet Ist aber cool Komme ich mit klar Pilzstuhl Riesenpilz Pilzkorb Pilzsofa Ne so ein Pilzsessel Den setzen wir mal hier hin Und daneben Setzen wir Natürlich das Pilzsofa Was Im Inventar gelandet ist Sitzen Hui Ich stehe auf Okay Ich bin gerade echt am überlegen So kann ich das nicht lassen Ob ich Den Boden noch mal hier austauschen möchte So Weil dann könnte ich hier So ein bisschen sehr viel Aber okay Lässt sich ja Zügig wieder beheben So So Ja lassen wir es so Okay Ich weiß es ist nicht meine Beste Arbeit Die ich bis jetzt abgeliefert habe Aber Moment das ist der Pilztisch Ich brauche die Pilzstühle Aha Alle fünf gesetzt Was fehlt noch Dein Ernst Dein Ernst Ich habe nicht drauf geachtet Ich könnte kotzen Ich könnte wirklich kotzen Es tut mir leid Ähm Nein ich werde das ganze Ding jetzt nicht nochmal Neu Komplett neu aufbauen Beziehungsweise Nicht mehr jetzt in der Folge Ich muss es ja nochmal neu aufbauen Ähm Ach fuck Ach fuck Was ne scheiße Ich habe nicht drauf geachtet Also für alle die jetzt nicht verstanden haben Warum Ich mich jetzt gerade ärgere Da Away from village Too close Ich bin Viel zu nah Am Dorf dran Fuck Da habe ich nicht drauf geachtet Okay Leute So wird das Ungefähr Wieder aussehen So kann So ein Ding aussehen Muss es nicht Es sollte aber dann Eventuell weiter wegstehen Okay Leute Würde es euch gefallen Hat like da lassen Würde mich auf jeden fall freuen Ich darf jetzt wieder die Mod suchen Damit ich mir die Pilzlampen Neukaufen können Weil die werde ich Wahrscheinlich Jetzt wieder kaputt machen müssen Und wir sehen uns Das nächste mal wieder Bei sexueller Hautzurein Bis dahin Achso Das baue ich dann Logischerweise Nicht nochmal In der Folge Sondern irgendwas anderes Hautzurein Bis dahin Ciao Ciao